Meine Heimat ist Berlin, die coolste Stadt der Welt. Ihr kommt jetzt in ein Alter, in dem ihr anderen das Gefühl der Sicherheit geben könnt. Seitdem habe ich keine Lust auf, Papa. Also wenn meine Eltern damit anfangen, was das Beste für mich ist, schalte ich eh gleich ab. Lass uns später in Ruhe nochmal darüber sprechen, ja? Was gibt es denn da noch zu sprechen? Das ist schon verdammt schwer, sich verständlich zu machen. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Ach, Gefühle, Liebe. Klingt doch super. Denn bis heute waren ja eure Eltern für euch verantwortlich. 14 Jahre lang haben sie sich um euch gekümmert. Gut es ging, erzogen. Ihr steht heute im Mittelpunkt. Es ist der Tag, an dem ihr mit dem Kindsein abschließt. Das Erwachsensein beginnt. Aber nicht von jetzt auf gleich. Ihr könnt noch eine ganze Weile lang ausprobieren. Glückwunsch nochmal, bitte die Richtung. Fehler machen, Kind sein, das könnt ihr genießen. Wenn man so eine Wegmarke erreicht hat, dann kann man zurückblicken, wie das Leben bis jetzt war. Und man kann Ausschau halten, wie man sich seine Zukunft vorstellt. Bis zum nächsten Mal.